Herzlich Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Heute stelle ich euch wieder ein neues Unternehmen in der Aktienanalyse vor. Und zwar handelt es sich hierbei heute um die China National Building Material. Das war ein Vorschlag von euch in der Kommentarsektion und das möchte ich natürlich sehr gerne aufgreifen. Und wenn ihr andere Vorschläge habt für Unternehmen, die ich gerne für euch vorstellen soll, dann lasst es mich jetzt schon mal vorab unten in den Kommentaren wissen und damit steigen wir direkt ein ins Video. Wie immer handelt es sich bei diesem Video um keine Anlageberatung. Das ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Anlageinstrumenten oder in diesem Fall von der China National Building Material. Das sind auch jeweils immer nur meine Meinungen, die ich hier widerspiegele. Und das ist natürlich auch eine grobe Analyse. Von daher, da werden noch ganz viele andere Einflussfaktoren benötigt, bevor man hier wirklich erstmal eine Kaufentscheidung getroffen hat. Von daher das natürlich vorab und schauen wir uns jetzt erstmal genau das Unternehmen an. Wir starten mit der Unternehmensvorstellung. Die China National Building Material ist eine Investment Holding Gesellschaft mit Beteiligung und Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Zement, Leichtbaumaterialien, Glasfaser und Verbundwerkstoffe sowie Ingenieurdienstleistungen. Die Produkte, die sie hier herstellen, werden vor allem sehr zielgerecht genutzt, um die Initiative One Belt, One Road umzusetzen. Und da habe ich auch ja schon häufiger bei anderen Unternehmen, die ich aus China vorgestellt habe, schon häufiger diese Initiative One Belt, One Road vorgestellt. Was natürlich bei der China National Building Material super interessant ist. Ich hatte vor kurzem auch erst die Anhui Conch Zement vorgestellt gehabt. Die möchtet ihr euch hier oben dieses Video mal gerne verlinken. Da könnt ihr gerne im Anschluss an dieses Video vorbeischauen. Und zwar ist die Anhui Conch Zement der zweitgrößte Zementhersteller weltweit gewesen. Mit der China National Building Material haben wir hier den größten Zementhersteller. Doch die China National Building Material ist nicht nur das. Also sie ist der größte Hersteller von Zement, von kommerziellen Beton, von Gipskartonplatten, von Glasfaser und von Windrädern. Und zwar diese Rotorblätter, Windräder, ja. Und zwar der Welt. Also es ist ein riesiges Unternehmen und in so vielen Bereichen Weltmarktführer. Also es ist sehr, sehr interessant. Das Unternehmen hat dementsprechend natürlich auch sehr viele Mitarbeiter und zwar ca. 150.000 an der Zahl und eine Marktkapitalisierung aktuell von 6,9 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist in Peking, China und der Vorstandsvorsitzende ist der Zhu Yuxian. Der hat auch bereits zuvor in mehreren Firmen in China hohe Führungspositionen eingenommen und zwar alle in diesem verarbeiteten Gewerbe, sage ich mal. Und was bei ihm auch sehr interessant ist, was dem einen oder anderen chinesischen Unternehmen so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ist, dass wir hier jemanden haben, der Mitglied im Komitee der Kommunistischen Partei Chinas ist. Und zwar sind das immer so aufgeteilt, dass das immer so nach Regionen und Städten organisiert ist. Und da ist er entsprechend in diesem einen Komitee mit dabei, bei sich vor Ort. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, dass er hier auch, ja ich sage mal, staatskonform agiert. Das darf man auf jeden Fall hier nicht unter den Tisch kehren, weil es eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, weil man da jetzt schon mal eigentlich mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von ausgehen kann. Weil nicht nur er, sondern auch das andere, die restliche Führungsmannschaft auch in diesem Komitee mit vorhanden ist, dass sie sich auf jeden Fall staatstreu hier verhalten und dementsprechend die schützende Hand von China auf jeden Fall darüber ist. Und die China National Building Material, wie gesagt, ein Kernfall der chinesischen Wirtschaft auf jeden Fall ist. Zur Historie des Unternehmens lässt sich sagen, dass es 1984 gegründet wurde. Der Börsengang eines Vorgängerunternehmens erfolgte dann im Hongkong im März 2006. Bis 2010 wurde die Globalisierungsstrategie stark vorangetrieben und zu dem Zeitpunkt gab es bereits 38 Filialen und 8 Offices weltweit auf allen 5 Kontinenten. Also ich sage jetzt 5 Kontinente und ich halte es nicht in noch Subkontinent Indien oder zum Beispiel Südamerika, Nordamerika, sondern einfach diese großen 5 Kontinente, sage ich mal. Und da sind sie tatsächlich auf jedem Kontinent vertreten gewesen. Das unter dem heutigen Namen bekannte China National Building Material fusionierte im Mai 2008 mit der früheren China National Materials Company Limited und ist dann eben unter dem aktuellen Namen seitdem bekannt. Außerdem ist das Unternehmen in 11 aufeinanderfolgenden Jahren in der Fortune Global 5 Funded Liste. Also das eine ist wirklich der größten Unternehmen weltweit, nicht nur in China. Aber das haben wir natürlich auch mit den ganzen anderen Bereichen schon gesehen gehabt, wo es der Weltmarktführer ist, wovon man eigentlich dann ausgehen kann, dass es ein absolutes Schwergewicht in der Weltwirtschaft ist. Die Aktionärstruktur gucken wir uns natürlich auch wieder an. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben hier wieder natürlich die großen Fondsverwaltungsgesellschaften, ja, also Vanguard, BlackRock, das ist nichts Unbekanntes. Was hier aber sehr, sehr interessant ist, sind auch teilweise so Unternehmen, die hier beteiligt sind oder auch Einzelpersonen wie zum Beispiel dieser Guo Biaojang und die Unternehmen eben BWMG Corporation oder Xinjiang Tianchan Building Materials. Das sind alles Unternehmen, die tatsächlich auch in diesem Bereich einfach tätig sind, wo wir dieses verarbeitende Gewerbe haben und die eben in diesem, ja, Zement und so Bereich einfach aktiv sind. Das ist ziemlich interessant, dass sie sich hier so stark daran beteiligt haben. Verwundert nicht, weil es natürlich ein super starkes Unternehmen hier einfach ist, aber das hat natürlich so ein bisschen Geschmäckle, vor allem wenn wir jetzt sehen, ja, Immobilienkrise. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat, es könnte jetzt so suggerieren, dass die sich gegenseitig so ein bisschen stützen, aber ich sehe das eigentlich eher positiv, dass sie hier auch so groß beteiligt sind und vor allem auch so teilweise als Einzelperson so einen ganz großen Anteil am Unternehmen auch einfach hat. Und den größten Kuchen an den Aktien hat die BICPTE, LTD ist eine Investmentmanagementgesellschaft. Er sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten etwas, aber ist tatsächlich mitverantwortlich für die Verwaltung des Staatsvermögens von Singapur. Also sehr, sehr interessant, Singapur ist ja quasi Finanzplatz Nummer 1, quasi fast mittlerweile in Asien aufgestiegen und international beziehungsweise weltweit auch immer mehr und mehr an Bedeutung. Und das muss schon was bedeuten, dass die hier eingestiegen sind mit so einem großen Anteil und deutlich, deutlich größere Anteile haben als, ja, große Fondsverwaltungsgesellschaften wie Vanguard, BlackRock, wo sie ja teilweise das Doppelte oder noch mehr davon haben. Also von daher auch hier sehr interessant und natürlich auch der chinesische Staat beziehungsweise die vermögensverwaltende Gesellschaft des chinesischen Staates, also China State Owned Assets Supervision and Administration Commission. Also hier sehr interessant und man sieht einfach, dass hier sehr, sehr viele Interessen vertreten sind, allein hier an den ersten Aktionären, die wir hier im Großteil vertreten sehen. Und das ist, wie gesagt, immer eine Sache, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Der Umsatz hat sich entwickelt, so wie man sich das von einer Aktie wünscht, ist natürlich sehr stark gestiegen und zwar innerhalb von 5-Jahres-Zeitraum von 2016 bis 2021. Da haben wir eine 5-Jahres-Performance von 180% circa hingelegt gehabt, was durchschnittlich eine Jahres-Performance in Höhe von 36% macht. Das ist natürlich sehr, sehr schön und da kann man aber jetzt schon vorab sagen, also das werden wir auch beim Gewinn dann auch später natürlich auch genauso haben. Jetzt die Halbjahreszahlen sind erst vor kurzem rausgekommen für das erste Halbjahr 2022 und da ist natürlich ein Rückgang verzeichnet aufgrund der unterschiedlichsten Probleme, die wir einfach weltweit haben. Aber natürlich bei so einem Umsatzwachstum und auch wenn wir es gleich uns beim Gewinn angucken, ist das natürlich auch nicht gerade verwunderlich, dass man auch irgendwann, dass es ein bisschen ausgebremst wird, das Wachstum oder vielleicht auch mal ein bisschen zurückgeht. Der Gewinn ist entsprechend auch sehr, sehr stark angestiegen und zwar haben wir hier fast unglaubliche 1500% hingelegt. Also ich musste da auch zweifach so nachrechnen, ob das wirklich so mit rechten Dingen zugeht, aber tatsächlich sehr, sehr krasse Performance, was auch durchschnittliche Jahres-Performance von fast 300% ausmacht. Und das ist schon echt heftig. Natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie hier auch einfach eine Fusion hingelegt haben mit einem weiteren Großunternehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja quasi das Unternehmen, unter dem wir es jetzt kennen und das Wachstum spricht für sich. Hier sehen wir noch die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen einfach aktiv ist. Wir sehen hier, der Großteil ist tatsächlich im Bereich Zement, wo sie ja auch Weltmarktführer sind, aber sie sind auch in diesen New Materials, Engineering Services und Concrete unterwegs. Da vermischen sich jetzt so ein bisschen die Bereiche, wie zum Beispiel Glasfaser, was sie aktiv sind, oder diese Platten für die Wirtschaft oder Verbundstoffe, die sie auch einstellen. Also von daher hier sehr interessant, aber auch hier können wir sehen, im Vergleich von 2020 zu 2021, in allen Bereichen sehr starke Wachstumsraten und vor allem im Bereich Asas hier auch sehr, sehr stark zugelegt. Das bedeutet auch einfach für mich, dass wir hier sehen, es ist ein großes Wachstum da und das Unternehmen ist sehr, sehr diversifiziert, auch in den unterschiedlichen Bereichen, was sie alles herstellen. Und das ist schon echt stark, dass es einfach unter so einem Großunternehmen weiterhin möglich ist, so enorm zu wachsen. Hier auch der Umsatz nach Regionen natürlich, der Großteil ist in China einfach, aber wir sehen hier auch große Wachstumszahlen, zum Beispiel in Ozeanien oder im Mittleren Osten, aber auch in Afrika. Und vor allem Afrika und im Mittleren Osten sind Regionen, wo natürlich der chinesische Staat auch mit der Initiative One Build, One Mode viel Einfluss ausüben wird, wo, glaube ich, noch deutlich, deutlich mehr Wachstum möglich ist. Was vielleicht in China oder Europa jetzt ein bisschen rückläufiger sein wird, wird, glaube ich, mindestens über Afrika kompensiert werden. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Zukunft, was China National Building Material da noch reißen wird. Und wenn euch das auch interessiert, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne ein Like auf dieses Video da und abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr weitere Updates zu diesem Unternehmen oder anderen Unternehmen nicht verpassen werdet. Nun können wir uns auch noch kurz die Kursentwicklung angucken. Es ist auf jeden Fall, ja, wenn wir uns den Kurs so angucken, spricht das eigentlich nicht für das Unternehmen und für die Zahlen, die wir eigentlich gerade gesehen haben. Aber natürlich sind da so Einflussfaktoren reingekommen, dass China natürlich ab, ja, sag ich mal, spätestens Ende 2020, Anfang 2021 enorm unter die Räder gekommen ist. Wir haben natürlich die unterschiedlichsten Einflüsse mit Krieg, Lieferketten, die natürlich auch diesem Unternehmen irgendwie in die Beine schlagen und dort Probleme hatten. Aber wir sehen hier natürlich ein Unternehmen, was jetzt gerade, wie wir es sehen, deutlich entfernt von der 50-Tage-Linie und sowieso noch deutlich entfernt von der 200-Tage-Linie ist. Die 50-Tage-Linie ist momentan bei 91 Cent und wir sind gerade ja ungefähr bei den 80 Cent. Also das heißt, da ist noch enorm viel Luft nach oben. Jetzt zu diesem Kurs würde sich nicht unbedingt ein Kauf aufdringen, aber wir sind natürlich jetzt unterbewertet. Und das kann natürlich interessant sein, vor allem, wenn wir die Risiken, die natürlich ein Investment in China auch einfach birgt, die in Kauf nehmen. Aber natürlich die große Abseits vielleicht auch sehen, dass wir hier eines der weltweit wichtigsten Unternehmen fast aus meiner Sicht haben, die in diesen unterschiedlichsten Bereichen einfach auch aktiv sind. Von daher, hier gilt aber auch, genauso wie immer, beziehungsweise wie bei den anderen Unternehmen, die ich in letzter Zeit vorgestellt habe, hier würde ich momentan in Tranchen hantieren. Weil wir sehen hier auch theoretisch, ja mit 80 Cent, der Tiefpunkt war hier ja erst im Januar 2019. Wenn wir uns Corona angucken, waren wir hier auch bei 76 Cent. Da wären wir jetzt nicht mehr ganz so weit von entfernt. Natürlich ist bei so einem Bild immer noch Abwärtspotenzial vorhanden. Wie gesagt, deswegen in Tranchen einfach handeln, dass man einfach Monat für Monat oder alle paar Monate mal ein bisschen wieder nachkauft, wenn man hier sich entsprechend dafür entschieden hat. Weil jetzt kann eine Sache wieder blöd laufen und dann sinkt der Kurs mal wieder um 20 Prozent. Und das wäre natürlich dann extrem schade. Von daher, ich würde vorsichtig sein. Aber das gilt jetzt nicht nur für China National Building Material, sondern komplett für den Markt einfach. Als nächstes schauen wir uns die Dividende an. Und ihr wisst ja, ich bin interessiert daran, Einkommensinvestor zu werden. Und wie ich das innerhalb von sieben Jahren schaffen möchte, habe ich euch mal in einem Video vorgestellt. Das ist auch das meistgeklickte Video hier auf meinem Kanal, komischerweise. Schaut euch das gerne an, auch im Anschluss an dieses Video. Das möchte ich euch hier oben auch gerne verlinken. Und wie wir hier sehen können, ist eine sehr schön steigende Dividende zu sehen. Erstmal eine sichere Dividende, die seit Jahren schon gezahlt wird. Und was natürlich noch viel, viel besser ist, eine steigende. Und zwar nicht zu wenig steigende. Auch hier 1500 Prozent Steigerung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren. Also von 2016 bis 2021. Was eine durchschnittliche Jahresperformance von ungefähr 300 Prozent ausmacht. Natürlich sind die Zahlen in letzter Zeit sehr, sehr stark angestiegen. Umsatzgewinn. Und dadurch, dass ich jetzt davon ausgehe, dass wir dieses Jahr eigentlich nicht so gut abschneiden werden, wenn wir, denke ich mal, auch bei der Dividende Abstriche machen müssen. Aber wenn diese Dividende genau so bleiben würde, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist, weil das Unternehmen in der Vergangenheit extrem Cash gemacht hat, dann würden wir eine sehr, sehr ansehnliche Dividendenrendite erzielen, was wir uns dann gleich nochmal etwas genauer anschauen. Und zwar kommen wir da jetzt auch gleich dazu. Und zwar bei den weiteren Kennzahlen. Wir hatten es jetzt schon angesprochen. Umsatz bei 43 Milliarden Euro. Gewinn bei 2,5 Milliarden Euro ungefähr. Und ein wirklich sehr, sehr tiefes, also historisch tief schon KGV von 2,73. Also super spannend. Hier kriegt man wirklich was für sein Geld geboten. Wie gesagt, ist immer auch ein Zeichen, vor allem auch, wenn wir uns gleich die Dividendenrendite angucken, die ja bei fast 14 Prozent liegt. Also es ist abnormal. Immer ein Zeichen der Vorsicht. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Risikofaktoren. Also von daher mit Augenmaß hier investieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass abseits, was wir mit diesem Unternehmen einfach haben, dass ein so wichtiges Unternehmen für nicht nur China ist, sondern auch aus meiner Sicht weltweit. Und was sehr, sehr viele Einflüsse auch weltweit entwickeln wird, wenn diese One Belt, One Road immer mehr und immer mehr Fahrt aufnimmt, ist das, glaube ich, ein Unternehmen, wo ich persönlich sagen würde, da würde ich gerne investiert sein. Auch wenn ich das aktuell noch nicht bin. Das sei dazu gesagt gehabt. Aber ich bin hier auf jeden Fall Bias. Von daher bin ich vielleicht auch sehr, sehr positiv zu dem Unternehmen gerade eingestellt. Seid mir deswegen verziehen. Aber das ist auch ein Grund, weshalb ihr euch immer noch mal eure eigene Analyse machen solltet, weil ich jetzt natürlich sehr, sehr positiv einfach gerade davon berichte. Ja, abschließend lässt sich sagen, Dividende ist natürlich ein Schmaus, wenn wir hier bei 14 Prozent am Ende landen sollten. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen rückläufig sein werden, wenn wir jetzt hier zwei Drittel abziehen sollten. Selbst von der Dividendenrendite könnten wir aber immer noch in einem Bereich liegen, der in die Richtung 10 Prozent geht. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wachstum hatten wir ja gerade gesehen gehabt. Ist enorm in den letzten Jahren gewesen. Dies ist ja ein bisschen rückläufig natürlich. Aber ich glaube, in der Zukunft, wenn dieses Unternehmen mehr und mehr in mittleren Osten und auch in Afrika einfach aktiv sein wird. Also Afrika können wir uns, glaube ich, alle noch gar nicht vorstellen, was das vielleicht mal in 20, 30 Jahren alles ist. Und die Chinesen haben mir gezeigt gehabt, was in so einem Zeitraum möglich ist. Und dadurch, dass sie da sehr, sehr stark vertreten sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch enormes Wachstum ist. Natürlich, kurzfristig haben wir sehr viele Risikofaktoren weltweit einfach. Aber das ist natürlich allen bekannt und bewusst, die jetzt hier investieren sollten. Aber das sollte man, wie gesagt, auf jeden Fall im Auge behalten. Kurzfristig kann man es auf jeden Fall kritisch sehen. Aber langfristig, wenn das alles so kommt, wie sich das der chinesische Staat vorstellt, dann ist das hier einfach ein Monsterunternehmen. Und die Geschäftstätigkeit im Allgemeinen. Ich habe erst einen Bericht gesehen gehabt, wo die China National Building Material als sehr, sehr umweltschädlich dargestellt wurde. Natürlich in diesem Bereich Zementherstellung wird natürlich sehr, sehr viel CO2 hergestellt beziehungsweise verbraucht. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem, wenn wir gerade in diesem Umfeld uns befinden, wo sehr, sehr, sehr darauf geachtet wird mit ESG-Kennzahlen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Häuser bauen sich nicht alleine, Autobahnen bauen sich nicht alleine, Infrastruktur lässt sich nicht alleine aufbauen. Und sie sind hier einfach in so vielen unterschiedlichen Bereichen tätig. Und wenn man dann auch nochmal in Erwägung zieht, dass sie auch im Bereich der nachhaltigen Energien mit zum Beispiel Herstellung von Rotorblättern für Windkrafträder aktiv sind, haben die, glaube ich, enormes Wachstumspotenzial und weiterhin Möglichkeiten, auch in andere Bereiche zu diversifizieren, indem sie jetzt zum Beispiel die unheimlichen Gewinne, die sie hier zum Beispiel im Zement oder in anderen Verbundwerkstoffen generieren, wenn sie das nehmen und in andere Bereiche reinvestieren, wie zum Beispiel in nachhaltige Energie, was auf jeden Fall eines deren Ziele ist, dann haben wir hier, glaube ich, eine rosige Zukunft und ein rosiges Unternehmen einfach mit einer sehr, sehr guten Basis. Gut, das ist mein Blick aus der rosaroten Brille gewesen für China National Building Material. Das würde mich natürlich eure Meinung unten in den Kommentaren diesbezüglich interessieren. Wie fandet ihr das Video? Wie findet ihr das Unternehmen? Wenn ihr, wie gesagt, ein Unternehmen habt, was ich auch vorstellen soll, dann lasse ich mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich gehe darauf immer gerne ein. Das ist zum Beispiel auch ein Vorschlag von mehreren von euch gewesen. Von daher mache ich das sehr gerne. Bin natürlich von den Leuten, die es vorgeschlagen haben, sehr gespannt auf die Meinung. Wenn euch das gefällt und ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine solchen weiteren Videos verpasst. Wenn euch das Unternehmen nun interessiert oder ihr allgemein starten wollt mit dem Investieren, dann kann ich euch auf jeden Fall Trade Republic an die Hand legen. Ihr könnt auch China National Building Material bei Trade Republic kaufen. Wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung nutzt, dann würdet ihr erstmal A, meinen Kanal und die Arbeit hier auf meinem Kanal enorm unterstützen. Das würde mich enorm freuen. Dafür vorab schon mal ein recht herzliches Dankeschön. Und ihr bekommt natürlich auch etwas. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen Aktienwert von bis zu 200 Euro gratis kostenlos dazu zu bekommen. Von daher macht das unbedingt. Dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.